Servus Leute, zurück zu Magikar, zusammen mit LeFirn, dem elektrifizierten Feuerderwisch. Hallo. Sind wir wieder an der Stelle, wo wir letztendlich verreckt sind? Und vorsichtig, vorsichtig. Gibt's hier noch einen Augentüran? Ah, jetzt. Natürlich gibt's hier noch einen Augentüran. Ich muss aber den Magier erwischen. Wobei, der Augentüran ist auch okay. Oh, ich glaub, du wärst dahinter. Okay. Komm zurück. Du hast mich. Na, egal. Ah, die kommen ziemlich schnell durch. Hm. Die sind ja auch sackstark. Töt ihn, töt ihn. Oh, das ist ja schon mal erledigt. Jetzt bin ich tot. Schon wieder. Das war ein Stein. Nein! Ach, Mann, ey. Ätzend. Nein, ich will dich verrecken. Ich bin... Zu spät. ...gebrannt. Irgendwas war's. Ätzend, ey. Das heißt, wir dürfen den ganzen Kampf nochmal machen. Schade, die schöne Vorarbeit. Langsam wird's echt hart. Okay, schnell, schnell, schnell. Wo ist... Wo ist... Wo ist... Wo ist... Wo ist der Elementar? Den brauchen wir. So. Das. 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 Wasserfeuer. Das. Aran. Schild. Stein. Wasser. Feuer. Arkan. Bäm. Lol. Ich hab das falsch gemacht. Überhol. Nicht egal. Ich bin... Noch nicht tot. Lol. Das war knapp. Fuck. Ich hab das falsche. Das hab ich eben auch gemacht. Das bringt uns aber nicht weit. Das bringt uns nix dauernd diese Mauern. Doch, ich kann die irgendwie reinsetzen. Ich bin tot. What the... Du ziehst die alle hinter dir her. Ist auch gut so. Ich bin ja schon barekt. Da kommt ein Stein. Ach. Den brauchen wir jetzt nicht. Ich soll es nicht vorspulen. Ich bin tot. Ach. Vergangen. Warte. Aber... Ich hab eben irgendwie... Oh. Bin wieder tot. Ich will nicht sterben. Ich bin tot. Shit. Ach. War hinter mir. Können sich aber auch alle teleportieren wie sonst was. Ja, die können sich alle teleportieren. Die machen ja dauernd Teleportation. Okay. Jetzt wird er schnell elementar beschwören. Falsche Richtung. Nein, wo ist er denn? Ach komm. Da. Das, 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 das. Warte, ich beschwör auch einen. Dann haben wir zwei. Wollen die jetzt alle kommen? Kommen schon. Och, Mann. Ich hab noch einen zweiten. Ich hab deine Rüstung auf. Aber die... Ach nee, hör doch auf, die Mauern zu machen. Ich will die bekämpfen. Ich bin dort. Diesmal kommt er nicht hinter mich. Ne, ich kann das nicht überspringen. Hallo. Was? Was mache ich denn jetzt schon wieder? Irgendwas mache ich falsch. Wieso? Ich will die ganze Zeit Rüstung machen, aber kriegst du irgendwie nicht gebacken. So. Ich brauche jetzt mal wieder meine Axt. Ich glaube, noch ein Elementar für den nächsten Kampf wäre auch nicht schlecht. Ja, die setzen wir lieber dann da oben hin, oder? Ja, ja. Die sind ja eh klar. Obwohl, ja. Aber wie ich diese Stäbe nie aufheben kann, ist echt unglaublich. Redliche Runde, Bruder. Ich glaube, hier ist ein guter Plan. Ja. Idee. Ups. War schon falsch. Arkan. Schild. Stein. Wasser. Feuer. Arkan. Bam! Sollte reichen. Ja, denke ich auch. Da oben ist er schon. Lass Doppelstein auf den machen. Warte kurz, dann komme ich kurz hoch. Und jetzt. War schon mal nicht schlecht. Oh. Ja, das Schild bringt es jetzt voll. Oh, jetzt wurden die aktiviert, oder? Ja. Die müssen erst getroffen werden, dann werden die aktiviert. Können wir die auch aktivieren, wenn wir Arkan auf die? Einfach so machen? Warte mal. Ich kann sie angreifen. Ja, oder so. Oh, die werden auch... Die haben auch andere Farben. Das heißt, dann haben sie bestimmt auch andere Effekte. Bestimmt. Du bist tot? Ich beobachte die jetzt einfach bloß. Du bist angegriffen. Aber den hier vorne, der mich angreift. Ich bin tot. Stört dich nicht, dass du angegriffen bist. Hm? Stört er dich wohl nicht. Doch, ich hab einen Stein drauf gemacht. Aber irgendwie war der immun. Oder ich war wieder zu inkompetent. Diese zwei Möglichkeiten gibt's. Ich glaub, die Elementare bekämpfen sich selbst. Also, töten sich selbst. Na gut, dann haben wir's halt... Nee, da ist noch einer. Jetzt haben wir's geschafft. Puh. Hast du deine Sachen wieder aufgehoben? Ach, nö. Jetzt, wo du's sagst. Ich bin wieder richtig gut unterwegs. So. Aber alles die gleichen Äxte. Schade. Ich möchte mal wieder einen Start mit einer gescheiten, aktiven Fertigkeit haben. Tja. Dann halt immer wegwerfen, die Teile. Oh, oh. Oh. Sieht langsam gemütlicher aus. Wird langsam warm. Kontrollpunkt. Die ist schon wieder. Meinst du, ihr ist Eis effektiv? Wenn's so warm ist? Nein. Ich bin gar nicht getroffen. Da drüber, ernsthaft? Scheinbar. Oh mein Gott. Oh. Wird's ja auch nicht einfrieren, oder? Tja, ich bin verbrannt. Ich auch. Ja, dass die Feuer machen... Das war mir klar. Ich hab mich bloß gewundert, dass ich, als ich erst getroffen wurde, nicht in Panik geraten und rumrannte. Da brauchen wir Feuerresistenz-Aura. Nicht wirklich. Okay. Oh, nö, ey. Schnell zum Elementar. Oh, was ist das denn? Wo ist der Elementar? Da. So, das, 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 D. Nein, das war schon die falsche. Ups. Naja. Fynn, komm. Schaff's noch. Ich hätt's auch. Ich hab grad Leertaste gedrückt. Boah, die haben, die haben, die machen 5.000 Schaden. Was soll ich denn da machen? Nein, das war ich, der 5. Bei dir haben 1.000 gereicht. Ich will das nicht anschauen. Tja, da muss man halt ein bisschen die Gegend nutzen. Boah. Boah, jetzt haut der ab. Das ist richtig riesig. Nein. Nein. Wieso kommt der eigentlich immer? Warum kommt der jetzt? Ja. Grad, wo ich so gut hier hinten in der Ecke war. Aber ich hör schon. Die töten sich gegenseitig. Ja, die haben sich gegenseitig. Der frisst aber auch. Der frisst aber auch viel Damage. Gut, hier bin ich in Sicherheit. Okay, jetzt vier Elementarwesen da oben. Moment. So, das, 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 Dampf. Ja, langsam lerne ich es auswendig. Soll ich die aktivieren? Attacke. Wie alles da fetzen. Nein. Ja, die Mützeln schön. Einfach reinhalten. Vielleicht so. Gibt es? Gewonnen. Oh. Redliche Runenroute. Okay, im nächsten Gebiet sollten wir vielleicht vor den Salamandern auch wieder solche beschwören. Das ist nicht schlecht. Mhm. Und damit Eis, oder? Ich bin in Kontrollpunkt. Vielleicht ist da ja einer, wir haben den nur übersehen. Na, dann wäre er jetzt ausgelöst worden. Nein, nein, ich meine Kontrollpunkt. Nicht so ein Speicherpunkt oder was das ist. Okay. Oh, ich vergaß. Ja, Feuer ist ja bestimmt sehr effektiv. Ich bin tot. Und Spaß, ich bin hier doch eine einzige Last im Spiel. Hm. Du bist ein Decoy. Aha. Du bist gleich tot. Boah. Nur wenn du dauernd auf mich zielst. Es ist aber auch extrem schwer, weißt du. Einer steht immer in der Menge und wird getroffen. Weil ja immer alle auf einen drauf gehen. Du hast den normalen Stab, wieso? Was? Ich habe einen normalen Stab? Ja. Hä? Bei mir hast du bloß einen normalen Stab. Ach, ich bin ja eben verreckt. Halt, falsch. Äh, wobei? Vielleicht klappt das. Wir brauchen Feuerresistenz. Du musst, äh, das Steinschild mit Feuer paaren. Stein, Schild, Feuer. Habe ich das jetzt? Sollte Feuerresistenz sein. Ah, jetzt. Ach, warte kurz. Jetzt ist eine Feuerresistenz. Aura. Sehr klug. Ihn mit Feuer zu erwecken. Okay. Einer geht schon los. Der nächste geht los. Mal gucken, was der kann. Dann, der dritte geht auch los. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir zu unseren Viecher vorschicken. Aber wir müssen wahrscheinlich mithelfen. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier klarkomme. Oh, habe ich keine Feuerresistenz mehr? Nee, der geht ja nach Zeit weg. Ich muss dann mal wieder erneuern. Das ist ja das Problem. Die hässlichen Zauberer kommen auch noch. Wow. Einfach weiter elementar bespauen. Ich bin verbrannt. Achso. Du bist schuldet worden. Guck mal, die laufen auch immer weiter. Das finde ich schön. Solange Gegner in der Nähe sind ja... Das... Ich will meinen Stab haben. Das ist eine gute Position. Ich kann meinen Stab nicht aufheben. Da kommen neue. Die haben ja alle diesen Stab. Diese Zwergen. Magier. Oh, unsere Elementare sind tot. Ich habe ernsthaft eine Heilungsbombe verschossen. Ich kriege die Krise. Ja. Gut Job. Das ist ein Höhenunterschied. Shit, oh. Feuer. Mach lieber einen Elementar. Genau. Geh los, Elementar. Na, endlich. Puh. Fuck, mein Hund liegt ja auch schon im Stab. Fuck. Der geht zu dem. Du brennst. Wieso brenne ich denn jetzt schon wieder? Bin ich nass? Das ist doch gut. Keiner macht Blitz hier. Außer du willst Blitz machen. Aha. Jetzt ist er tot. Gut. Ist da unten noch was? Nö. Komm, wir haben jetzt da hoch. Oh, schweck. Oh, halt. Brauche ich natürlich? Ich brauche Heilung. Gut. So. Das, das und das. Und. Ja. Einmal auf. Da ist noch ein Stab. Achso, du hast schon einen. Ich habe schon einen. Einen Stab. Ja, ja. Juhu. Das ist nicht gut, dass da einer ist. Das bedeutet, gleich geht es zur Sache. Aber wir müssen das dann nicht immer wieder von vorne machen. Das stimmt. Boah, ich war fast da reingerannt. Hier geht es nicht weiter? Meinst du, man kann sich da hinten hin teleportieren? Nein. Nicht dahin. Ich hätte jetzt erst so gesagt, da oben, wo das Feuer ist. Hüpfen wir bitte ins Feuer. Wir fangen einfach von da nochmal neu an. Hä? Wieso? Damit ich den Stab wieder habe. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haha. Ciao. Tschüss. Tschüss.